Warbraum 1. Ist klar. Wo komme ich da raus? Bei Geld. Wer hätte es gedacht? Und da ist eine Türmetten im Raum. Ja, nee. Ist klar. Gut, dann betreten wir halt Warbraum 2. Heilen. Und sch- Nein. Speichern. Nicht heilen. Geil, haben wir uns gerade erst. Warbraum 1. Südbrinien. Traumschloss. Große Halle. Nur Traumschloss. Und Friedhofbereich 1. Ja, wir tun mal hier den Südbrinien überschreiben. Ich bin in 29 Stunden. Ist schon eine Weile her. So. Ähm, gut. Hinter uns ist nichts außer irgendwie Hintergrund, Background und ja. Hey, guck mal. Das dreht sich. Das sind Leute. Mein Gefühl sagt mir, ich sollte hier lang gehen. Hallo. Bist du freundlicher? Bestimmt. Samen. Ich krieg kein Lachs. Oder ist es wieder Lachs? Nee, Rebbe. Okay. Okay. Also Fleisch. Wow. Wow, 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 wow. Leute. Ganz ruhig. Ihr taucht nochmal auf und dann mache ich euch alle platt. Vielleicht nicht. Ich habe es nicht nötig, auf euch zu warten. Gut. Hier habe ich was gesehen. Geld. Geld, 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 Geld. Und sonst ist nichts weiter da. Schade. Na ja. Da hinten ist ein Friedhof. Ja, ist immer einladend. Und Feuerhunde. Gut, das Fehler hier auch, ne? Du kannst immer... Ach, guck mal. Wir haben es doch. Drachen-Zap. Feuer und Luft. Haut rein. Schaden, 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 schaden. Bam. Voll easy. Ja, sehe ich genauso. Achso. So, weil es ja genau ist, hat... Äh, äh... What? Achso, haha. Seht ihr auch die geile Zahl dort? Ihr bekommt ja keine Punkte mehr und deshalb sind die... Stufen dort komplett angezeigt. Krass. Okay. Sieht zwar komisch aus, aber ist halt so. Ich bin gespannt, ob das dann auch bei Wind so aussieht. Müsst ihr rein, theoretisch. Kiste. Oh, ich liebe Kisten. Überraschungsbox. Was habe ich drin? Ich habe... 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 Kani... Kaninchenhelm. Kani-Walenhelm. Okay, fast. Ja, automatisch. Gut, dann rüsten wir doch mal gleich mal aus... Äh, aus... Ausrüsten... Ähm, was habe ich hier? Die Todesmaske. Was macht ihr eigentlich? Verteilung, Bewegung... Ineszena, Turner. Äh, meine Todesmaske. Äh, 16 Städteidigung verlangsamt IP-Verringerung. Verbrauch. Okay. Ist klar. Ich würde es Fener helfen... Fenn... Und... Jetzt habe ich es. Okay, die darf das nicht tragen. Lida... Nein, warum habe ich die Todesmaske abgelegt? Ich wollte den Kaninchenhelm aufbehalten. Zack. S-s-s-r-e-p. Äh, sagt nein. Äh, Fener sagt nein. Nein. Wenn mir das sagt... Mh, neiiin. Neiiin. Nein, 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 niemals, niemals. Ich höre das Geld da unten. Ich bin doch so geldgeil. Ich will doch das Geld haben. Gib mir Geld. Thanks very much. So, und wo muss ich jetzt hin? Ich... Ich habe schon wieder keine Orientierung. Null Orientierung. Hallo, Achter. Ach, ist ja von außen gesprungen. Sag das doch. Okay, mal sehen. Hoffentlich viele Gegner. Wathos. Und warum nicht die Hunde? Die Hunde hätte ich auch noch reinschmeißen können. Die Kaktellen Einzeiten sind langweilig. So, Fener. Zauber. Heulerschlag. Take this. Pssim, 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 pssim. Bam, Windstuhl erhielt. Bam, Gegner getötet. Bam, Gegner auch getötet. Obwohl ich eigentlich hätte was anderes machen können, aber naja. Komm zurück mit den neuen Städten. Gut. So, ne, dann gucken wir mal, wie man jetzt hier weiterkommt oder gegen die Hunde kämpfen. Ich hoffe, dass Sie keinen hinterhalten. Ich warne euch. Ja, ist klar. Ja, natürlich. Sie sind natürlich über mich drüber gesprungen auf die letzte Person. Ganz gezielt. Sag mal, seid ihr bekloppt? Warum greift ihr alle mich an? Pff, jetzt reicht's. Ich wollte nett sein, aber nein, ihr lasst mich ja nicht so, wie ich will. Dafür gibt's jetzt dies. Aha. Bam. Ähm. Okay, es legt nicht ein. Bam. Bam. Beim So, Rapp. Mach's nochmal. Grabeln. Use your guts. Guts. Taboo. Sehr schön. Zaubertrank! 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 Ich sollte langsam mal nachgucken, was die überhaupt machen. Ach, das kann ich noch später. Jetzt wieder nichts. Okay, dann gehen wir mal ein Stück zurück. Vielleicht finden wir da was. Hallo Gegner! Ja, nichts haben wir jetzt nicht erwartet. Okay. Fehler! Mach keiner schlag. Gibt mir Punkte! Sehr viele Punkte! So, Justin! Justin tut mal! Boom pow! Boom pow! Wow! Gigant Blast! Hey! Feierstufe! Hey! Voll krass, Mann! Wohl die Punkte! Da drüben ist eine Kiste! Da möchte ich gerne hin! Okay! Okay! Wie komme ich da? Ach so, hier bin ich wieder im Anfangsgebiet. Okay! Heilen! Mal erstmal wieder voll Mana! Ist schon mal positiv! Hatten wir uns doch vorhin schon mal angesehen! Oder etwa nicht? Ist hier anders? Ne, überhaupt nicht! Ich bin hier da, wo ich am Anfang war! Bist du mir das nochmal gezeigt? Ich hatte es doch schon gesehen! Naja! Ich möchte darüber! Ich möchte darüber! Ich möchte wirklich darüber! Das ist mein Innixis-Bedürfnis! Aber erstmal hole ich mir das Räppchen-Lachs-Brot! Ja, dieses ist arm! Ist klar! Fahrspiel doch noch Strich und Faden! Stärke! Justin! Gut! Ich könnte jetzt hier... Ne, da kann ich nicht lang! Ich muss hier lang! Und hier ist nichts! Oh doch doch doch! Von hinten! Von vorne! Von überall! Oh mein Gott! Ich liebe solche Gegner! Sie kommen einfach wie sie wollen! Bitte diesmal wenigstens... Ja, wenigstens mal eine Kombination! Und nicht so was lahmes! Gut! Dann fehlen da, würde ich sagen! Ja! Heulerstark! Oh, Wind! Zwist wie ein Tornado! Ich boost euch weg! Ihr, 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 ihr! Kakteen und Hunde! Oh! Einfallsreich! Komm schon! Grab! Graben! Was mag ich das? Äh... Okay! Graben! Bilder, Kombi! Justin! Äh... Boom! Boom! Nein! Die auf den! Ich würde auf den anderen! Verdammt! Neiiiin! Töte nicht beide! Justin! Lass was für Faena übrig! Sie muss noch mal Heuler einsetzen! Oder Heulerschlag besser gesagt! Giant Blast! Ich sehe schon, dass wir die zwei Hunde da drüben töten! Instant! Na ja! Na gut, zwei haben überlebt! Okay, einer hat überlebt! Gut, Faena, das heißt für dich, äh... Ne ganz gezielte... Ah... Ne... Ne... Mach mal! Ne, Läufer! Läufer! Mach mal Läufer! Genau! Was? Smelda greift nicht an! Ach, verarsch mich doch! Das war ja mal effektiv! Null Schaden! Ich bin beeindruckt! Gut! Justin! Boom! Boom! Hier geht's! Ha! Sim 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 sim! Schaden 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 schaden! Ja! Gut, wir gewinnen! Schaden schaden schaden! Warbraum 2, Schleime überall. Vier Meeresterne. Jo, und äh, Rap, Rap macht Graben. Use your guts! Guts! Gut, Justin. Justin, Justin. Tja, mach einfach mal. Nein, Gefrieren hättest du auch machen können. Fällt mir gerade ein. Verdammt. Naja, Verteidigung ist nie schlecht. Uch, Fähna, ähm... Meiler Schlag... Das wird dir教en. Splash. 20 Schaden. Nein, sie haben 20 Schaden gemacht. Au. Wie bist Kerle? Das werden sie müssen. Drohrenselb. Oh, Fähne! Streich das Gegner! Erstmal schnell Schaden machen. So, ich hoffe ich komme Windstufe Level Up. Dann halt nicht. So, wir sehen, aber wie viele Punkte gab es für diese Aktion? Äh, Wind 36. Hey, ich habe beide die nächste Windstufe. Und Milder, Stufe 37. 37. 37. Sech.